Hallo und herzlich willkommen zum Video-Tutorial PowerPoint 2010. Hier erst einmal ein allgemeiner Überblick. Bevor man mit einer Präsentation beginnt, muss man sich erst einmal Gedanken darüber machen, in welchem Rahmen das Ganze stattfinden wird. Ist das jetzt eine große Halle, ist das ein kleiner Raum? Wird die Präsentation vielleicht sogar online vorgeführt? Oder ist es eine selbst ablaufende Präsentation? Das bedeutet, man startet die Präsentation einmal, sie läuft dann von selber durch und beginnt dann automatisch wieder von vorne. Ich starte jetzt diese Präsentation mal mit der Taste F5 und man sieht hier jetzt sind die Symbolleisten der Navigationsbereich auf der linken Seite ausgeblendet und man sieht hier nur die einzelnen Folien. Mit der Leertaste oder mit der Maustaste, linke Maustaste, kann ich mich jetzt durch die einzelnen Folien navigieren und an der Stelle zum Beispiel, das ist jetzt nicht einfach ein schwarzer Balken von mir, sondern ich habe ja auch in PowerPoint die Möglichkeit, Filme einzubinden und die kann ich dann hier unten im Navigationsbereich, der sich aufblendet, wenn ich hier mit der Maus hantiere, da kann ich dieses Video starten. Der Navigationsbereich verschwindet dann auch wieder und wenn ich die Maus wieder bewege, dann taucht er natürlich wieder auf und kann natürlich das Video wieder anhalten. Auf der nächsten Folie haben wir ein Diagramm und das kann ich ebenfalls so aufbauen, dass der Inhalt dieses Diagramms animiert ist. Das bedeutet, ich kann also schrittweise diese Inhalte aufblenden lassen. Ich kann auch verschiedene Art und Weisen vorgeben, wie jetzt diese Balken zum Beispiel erscheinen. Hier waren sie nach Kategorie sortiert, ich kann aber auch jede Säule einzeln einfliegen lassen. Das ist hier also alles möglich. Gut, man kann durch diese Präsentation auch mit der Tastatur navigieren. Das bedeutet, ich drücke zum Beispiel die 1 und die Enter-Taste, dann komme ich auf die erste Seite, 3 und Enter komme ich auf die dritte Seite und so kann ich mich ebenfalls durch die einzelnen Folien navigieren. Falls ich für meine Präsentation keinen Laserpointer zur Hand habe, dann kann ich mir ganz einfach damit behelfen, dass ich die Steuerungstaste gedrückt halte und die Maustaste, linke Maustaste, wenn ich drücke, dann kommt jetzt so ein kleiner roter Punkt, der mir dann als Ersatz für den Laserpointer dient. Wenn ich kurz in der Präsentation was erklären muss und möchte nicht, dass die Präsentation weiterhin sichtbar ist, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder die Taste B für Black, dann habe ich einen schwarzen Bildschirm oder die Taste W habe ich einen weißen und wenn ich nochmal aufs W klicke, dann ist die Folie wieder sichtbar. Wenn ich mit der Maus hier unten links über diese Schaltflächen navigiere, dann werden die kurz farbig und dann kann ich sie entsprechend auswählen und hier habe ich zum Beispiel einen Stift, den ich hier auswählen kann und mit diesem Stift kann ich jetzt entsprechend Unterstreichungen vornehmen, ich kann sogar hier entsprechend was reinschreiben. Es gibt aber auch noch neben dem Stift einen Textmarker und der funktioniert genauso wie ein richtiger Marker. Ich gehe hier einfach über dieses Wort drüber, halte die linke Maustaste gedrückt und dann kann ich entsprechend die Bereiche markieren. Wenn ich jetzt die Präsentation anhalte mit Escape, dann werde ich gefragt, ob ich diese Markierungen beibehalten möchte und da ich vielleicht diese Präsentation dann nochmal irgendwo anders halte und sich die Leute wundern, was da für Markierungen drin sind, die ja vielleicht dadurch entstanden sind, weil irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, dann verwerfe ich die natürlich jetzt, dann sind die wieder weg. Ja, das ist gut. Dann sind die, aber nicht ein wenig. Also ich gehe die den Schraubstuhl, dann packen Sie auf den Schraubstuhl, dann werden die Dichensprétungen durch, dann kommen wir auch von den Schraubstuhl. Vielen Dank.